Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Diminished Cap Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind immer noch im Dungeon über den Wolken oder im Windtempel ist es glaube ich. Genau und ich habe jetzt ziemlich viel vorproduziert gehabt und konnte dementsprechend auch nicht so gut auf eure Kommentare eingehen. Das geht aber alles nicht in Vergessenheit. Ich habe mir hier eine schöne Liste gemacht und sobald wir jetzt hier mit dem Tempel fertig sind, werden wir das auf jeden Fall auch erstmal abklappern. Soviel dazu, deswegen macht euch da keine Sorgen, ich lese eure Kommentare auf jeden Fall und schreibe mir das auch auf. Und ja ich hatte jetzt nur längere Zeit ein bisschen, oh Gott, vorproduziert und dementsprechend war das alles ein bisschen, ja knapp bei Sache sag ich mal. Oh Gott, na toll, was ist das denn für ein Timing, was ich hier machen muss? Ich mache hier erstmal die Dinger kaputt, dann geht das ein bisschen schneller. Ja und hoffe vielleicht, weiß gar nicht, schafft man den Tempel heute? I don't know, ah ich denke nicht. Vielleicht, äh, vielleicht zwei Folgen, schätze ich. Okay, wir timen das jetzt mal ein bisschen besser. Zack, und dann gleich auf das Hindeste drauf. Und runter. Das sieht besser aus. Ah, nee. Jetzt war ich zu doof. Da steht, aber die Zeit ist auch sehr, sehr kurz, muss ich sagen, oder? Ist schon, äh, da könnte man ruhig zwei, drei Sekunden länger machen. Oder das Ding könnte ein bisschen schneller fahren. Düm, 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 düm. Ja, ich meine, eigentlich muss ich nur aufpassen, wie ich laufe. Guck mal, eigentlich reicht die Zeit vollkommen aus. Okay, weiter geht es. Düt, 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 düt. Okay, ich muss, ich muss so bestimmt hin und her springen jetzt, oder? Was ist denn hier mit dir? Komm runter. Düt, düm. Hier? Sieht auch so aus, ob da was passiert. Da kommt bestimmt eine Brücke, oder? Das sieht hier so komisch aus an der Stelle. Hallo? Ja, sag ich ja. Oh Gott. Okay, geschafft. Aber wir haben lange keine Schatzkisten mehr gehabt. Was ist denn hier los? Wo ist denn... Hier gibt es doch überall noch Schatzkisten. Warum kommt denn hier nichts? Meine Güte. Okay, hier geht es wieder runter. Da muss ich auch runter. Zack. Und da wieder hoch wahrscheinlich. Um dann hier wieder runter zu gehen. Ach du Scheiße. Meine Güte. Und immer noch keine Schatzkiste. Hier kann ich als Minish durch. Okay. Oder als kleiner Typ. Ich bin ja kein Minish sogar... Warte mal. Schlüssel habe ich. Jo. Let's go. Ich weiß nicht. Hä? Keine Schatzkisten, keine Schätze, keine Gegner. Irgendwie passiert hier nicht viel. Okay. So, tschüss. Ich habe mich beschwert. Jetzt kriege ich Gegner. Wunderbar. Fabelhaft. So, wo sind wir jetzt auf der Karte? Ich kann halt auch nicht viel erkennen, muss man sagen. Es ist... Merkwürdig. Oh Gott. Ventilatoren? Oh ja, gut. Das ist ja okay. Okay, ähm... So, hier sind wir eben... Ne, sind wir nicht. Meine Güte. Hier gibt es aber auch viele Sachen, ne? So, hier runter. Ne, ich muss mich da unten jetzt mit dem Wind treiben lassen. Und dann komme ich da rüber. Aber... So. Genau. Geht ja, easy. So, okay. Was haben wir hier? Ey, keine Schatzkisten. Was ist denn hier los? Okay. Ich ignoriere den. Oder soll ich den ignorieren? Soll ich die plätten? Kriege ich eine Schatzkiste, wenn ich die plätte? Sieht mir nicht so aus. Sollte ich hier alles plätten? So, warte mal. Hier muss ich bestimmt hoch auf die Wolken dann rüberspringen, ne? Den Höhenunterschied ausnutzen. Genau. Scheiße. Ah, geh weg. Ich kriege auch keine Herzen. Ah, guck mal, da ist ein Herzteil. Ey, das kann ich mir doch holen. Oder? Kann ich mir nicht holen? Mit einem Boomerang? Geht das? Geht das mit einem... Ich hab keinen Boomerang. Scheiße. Würde das mit einem Boomerang gehen? Bestimmt würde das mit einem Boomerang gehen. Nein. Oh Mann. Das würde 100 pro mit einem Boomerang gehen, oder? Oder wo geht's jetzt hier hin? Hoch. Nee, hä? Warte mal, das geht, oder? Wenn ich mich ein bisschen weiter... Äh, rechts halte? Nee, geht nicht. Okay. Vergessen wir das? Ich glaube, ich muss eher nach rechts fliegen. Ich geh aber erst mal hier hoch. Mann. Das heißt, ich muss dann später nochmal in diese... ...in diesen Dungeon rein, weil ich keinen... ...Bommerang hab. Palast des Windes. Ach, cool. Ja, da haben wir jetzt auch einen Boss-Key. Äh, das Ding, ne? Jo. Ja, das passt ja. Ja, darüber müsste ich theoretisch... Hier geht's gar nicht weiter, okay. Ach Mann. Wegen dem blöden Herzen muss ich dann nochmal hierher. Leute. Krieg ich hier nicht noch einen Boomerang? Das wär toll. Miao. So. Und jetzt müsst ihr hier wieder nach oben gehen. So, was sagt denn die... ...Schatzkarte? Was ist das? Erdgeschoss. Im Erdgeschoss war ich doch schon. Oder komm ich bis dahin wieder runter? Ich versteh das alles nicht. Ich glaub, wir müssen hier nochmal rein dann. Irgendwie... ...ist das nicht so gut hier, was ich mach. Ah, Leute. Ähm, es kam ja jetzt vorgestern die erste Folge von dem Majora's Mask und Ocarina of Time Combo Randomizer. Ähm, raus. Und ich bin echt, äh, froh, dass es bei euch so gut ankommt. Oh, shit. Ich freu mich da. Oh, kann ich da? Doch. Mit dem Schwert geht. Ja. Bin da echt froh, dass das bei euch so gut ankommt. Oh, manny. Und hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Ähm. Sehr, sehr schön. Oh, geil. Zehn Pfeile. Super. Ey, da geht's direkt zum Boss. Ich mein... Ah, ein Teleporter wär geil, ne? Okay, es geht da zum Boss. Merkt man's schon mal. So, tschüssi. Es wird langsam knappe hier. Äh. Aber. Muss ich da von der anderen Seite kommen? Bestimmt, oder? Hier kann ich bestimmt jetzt nichts machen. Ja. Ich glaub, ich muss von der anderen Seite kommen. Pa, 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 pa. Hi. 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 Oh, ja. Sehr schön. Danke für die Fee. So, einfach mal random hier rüberfliegen. Aber da ist auf jeden Fall noch was. Gut zu wissen. So, pass auf. Wir haben... Wir brauchen... ...das Ding hier. ...und dann... ...düm, düm, düm. Yeah. Machen wir hier mal die Tür auf. Okay. So, dann machen wir hier bestimmt Wind an. Das könnte ich mir vorstellen. Okay, geil. Boah, Alter. Voll erschrocken. Vor allem mit diesem Eis-Animacos hier. Mann, der Wind ist jetzt natürlich super nervig. Wow. So, der ist tot. Und dich nehmen wir auch noch. Was ist denn mit euch? So, ciao. Gibt's dafür was? Nee, ne? Immer nur nehmen. Aber bekommen tue ich nix. Ja, genau. Das ist das, was wir gesehen hatten. Okay. Und genau. Von hier aus kommen wir dann rüber zu der Schatzkiste. Also, theoretisch ist da wahrscheinlich... ...im Original ein Schlüssel drin. Damit ich dann durch die obere... ...Tür durchkomme. Hier ist es aber die Sturzattacke. Sehr schön. Perfekt. Geil. Das heißt, wir können jetzt... Jawohl. Richtig schön rein smashen. Äh, Frage ist... Wie komme ich jetzt hier... Okay. Und weiter geht es. Drei kleine Schlüssel haben wir noch. Ja, das haben wir ja schon. Das ist... ...ehr sinnfrei gewesen. Okay. Schade. Äh... Ja, nichtsdestotrotz... Achso. Die Anzahl der Rollen muss ich noch auf Elfer erhöhen. Das heißt, da haben wir auch alles jetzt. Geil. Freue ich mich. Ähm. Was ist denn hier eigentlich mit diesem... Ah, ne. Da kam vorhin was runter, ne? So heißt, wir müssen jetzt ja theoretisch hier lang. Aber ich glaube nicht, dass der Bossfight schon kommt. Weil wir haben ja noch drei kleine Schüssel. Und ich wüsste nicht, wo ich die jetzt auch einsetzen soll. Jetzt geht es nämlich wieder nach unten, ne? Ah, ne. Hier kommt jetzt echt... Ne. Ah, Teleporter. Sehr schön. Sehr schön. Ja, es ist dunkel. Okay, wir holen mal unsere Lampe raus. Und durchstrommen wir mal hier diese Gefilde. Aber... Äh, was sagt denn die Karte eigentlich? Hier gibt es zwei Schatzkisten. Jetzt sind wir in ein Erdgeschoss. Ah, jetzt arbeiten wir uns wahrscheinlich hier wieder hoch. Und dann... Dann geht es zum Boss. So wird es sein. Oh, hallo. Ich nehme mich mit. Okay, zwei Schatzkisten. Warte, warte, warte. Wo sind die? Da oben sind auf jeden Fall welche. Eine. Ah, da muss ich mich auch wieder runterfallen lassen. Und da ist die andere. Gehe ich da hin? Jo. So. Zack. Ein Herzteil. Eins noch. Dann haben wir noch einen Container. Perfekt. So. Timor auch tot. Ja, bei dem anderen müssen wir uns irgendwie runterfallen lassen. Hm. Okay. Hinten geht es hoch. Dü, dü, dü. Ne, hier geht es auch hoch. Ne, hier geht es... Hä? Warte mal. Hier geht es hoch und da hinten ist aber auch ein Gang, oder wie? Warte mal kurz. Warum wird mir da so ein Gang angezeigt aus der Karte? Keine Ahnung. Okay. Dann, wir gehen erstmal da hinten hin. Und ich hoffe, da kann ich mich jetzt in der nächsten Etage irgendwo runter droppen lassen. Okay. Kann ich hier überall, aber hier ist ja falsch. Okay. Tür geht nicht auf. Hier geht es raus. Oh. Scheiße. Hier ist schon wieder so viel los. Warte mal. Ich will erstmal den Ort finden, wo ich mich da jetzt runter droppe. Das ist mir wichtig. Theoretisch hier. Genau. So. Ist mir auch egal. Machen wir später mit euch. Erstmal Schatzkiste. Herzteil. Sehr schön. Das heißt, wir haben noch einen Herzcontainer. Zack. Perfekt. Das freut mich. Ja, also langsam sind wir mit den Items fast vollständig. Der Boomerang fehlt noch. Die Schnatterfrucht, keine Ahnung. Der Schild. Und ein Bosskif für das Schloss. Ansonsten sind wir gut dabei, Junge. Meine Fresse. Läuft ziemlich gut. Und halt ein Haufen Herzteile fehlen noch. Oder Container. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Container wir noch bekommen können. Aua. La, 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 la. Tschü. Okay, also da komme ich auch gar nicht. Was ist denn das hier? Ach, das war das nur. Okay. Dann, das hat nichts zu sagen. Okay. Ja, dann gibt es ja gerade nur auch den einen Weg hier nach unten. Die anderen sind ja alle versperrt. Okay, aber ich will mal kurz auf die Schatz... Nach links geht es noch. Nach links und rechts gibt es auch noch eine Schatzkiste. Okay, ich hoffe wir kriegen das alles hin. Und wir müssen uns merken, dass wir irgendwie mit dem Boomerang wahrscheinlich... Nein, wir müssen hier... Nein, wir müssen hier... Ah, okay. I understand. Wir müssen hier einmal durchrennen. Mann, die sind auch nervig. Warte, ich mach die mal kurz weg. Geht das mit dem Pfeil? Ja. So, warte mal. Ich mach das jetzt so ein bisschen lückenhaft, oder? Zack. Na, muss aber auf drei setzen. Eins, zwei, drei. Ich glaube, das sollte dann gehen, oder? Echt jetzt? Zack. Und nochmal. Sü, und sü. Okay. So. Tür auf. So, ist hier noch was? Tschau. Ich guck mal kurz. Hm, 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 nein. Da ist nix. Aber der Mutige hat getestet. Passt alles. Wurde alles gut empfunden. Okay. Schatzkiste. Hey. Hey. Fabelhaft. Okay, was sagt die Karte? Ich hoffe, ich komm da jetzt irgendwo wieder rein. Achso, da ist ja die Schlüsseltür. Der wäre wahrscheinlich jetzt der Schlüssel drin gewesen, nehme ich an. Okay, was ist das denn schon wieder hier? Hallo? Nein, nein, nehm den doch mit. Oh Gott, das war doch nix. Hm, 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 hm. Aber ich kann doch auch hier einfach, oder? Könnte ich ja. Da, da, da. Aua. Achso, das ist eher der Rückweg, ja. Ja, wahrscheinlich. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Hm, hm. Auch super nervige Gegner, ne, diese Munien, weil die so viel aushalten. Sind voll die Tanks. Okay, nach links komme ich nicht. So, hier komme ich durch. Aber unten komme ich nicht rein. Hä, warum? Hä? Muss ich da vielleicht von... ...oben mich rein droppen lassen? Okay, da geht die Tür auf, da kommt auch das runter, okay. Kann ich mich hier von oben irgendwie droppen lassen? Ja, kann ich. Okay. Das ergibt ja Sinn. So, Boss. Gegner. Und 20 Kupine. Aber damit müsste jetzt diese Etage abgeschlossen sein. Genau. Gut, wir arbeiten uns Stück für Stück hoch. Es sind ja gar nicht mehr so viele Schatzkisten. Sind nur noch 5 Stück. Und halt das eine Herzteil. Das dürfen wir nicht vergessen. Ah, da brauche ich, glaube ich, wirklich den Bumerang, oder? Ich wüsste zumindest nicht, was ich sonst noch machen kann. So, da kann ich mich klein machen. Hm, hm, hm. Okay, hier gibt es auch einen. Eine Ruhe. Uh, sogar eine Bicke-Truhe. Nice. Zack, und... Ah, wieder nur Geld. Was mir jetzt aktuell wieder gar nichts bringt. Oh Gott, nein. Gar keinen Bock auf die Hände. So, Schalda. Hm. Jetzt geht es wieder hoch. De... 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 So, Frage. Kann ich mich jetzt hier wieder droppen lassen? Kann ich. Kann ich tatsächlich. Aua. Was ist denn mit euch? Aber ist das richtige Position? Ist halt auch wieder die Frage. Ich glaube halt nicht. So, drüben. So, was ist denn, wenn ich dich jetzt hier besiege, mein Freund? Tür geht nicht auf. Leute, der Part ist auch rum. Äh, ich gucke mal ganz kurz in dem Raum hier rum. Sieg vielleicht nochmal... Nein! Alle Gegner. Oh, da passiert auch nichts. Hier könnte ich... Okay, hier könnte ich... Ah. Hier sind so viele Wege. Aber hier runter... Passiert ja nichts, oder? Guck mal, den kann ich... Ah. Mit Pfeilen. Guck mal. Der explodiert doch. Jawohl. Und jetzt kann ich hier rüber. Nice. Und... Da kann ich eine Bombe hinschmeißen. Okay, machen wir mal im nächsten Part, liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und, äh, gerne Tipps, äh, ja, weiterhin schreiben. Ich bin für alles offen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zellder Junge. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung. BR 2018